Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Koop und dieses Mal wieder auf Kamino, denn ich möchte hier jetzt mal versuchen, mit Chewbacca nochmal zu spielen und mit dem paar richtig krasse Kills abzuziehen. Hoffentlich dann kommen wir auch bis zur letzten Phase und es könnte ziemlich wahrscheinlich sein, dass wir bis in die letzte Phase kommen, denn ich spiele alleine. Koop alleine spielen, habe ich auch noch nicht gemacht. Deswegen sollte ich mich die KI eigentlich ziemlich übermannern und die nehmen auch Kommandoposten A gerade schon richtig heftig ein. Aber dann können wir hoffentlich richtig gut Kills als Chewbacca machen und vielleicht ein bisschen mehr als 100 Kills noch schaffen. Fände ich persönlich ziemlich cool. Ich würde jetzt bloß nicht sterben. Ich habe nämlich unsichtbares Schild oder was? Ich würde bloß nicht sterben. Ich habe noch keine 4000 Battle Points für Chewbacca. Komm schon, Leben heil dich doch. Ja, 4000 Points sind drin. Oh, es kommt schon. Blöde Spawn-Timer. No-Chewbacca jetzt. Zeig mal, was in dir steckt. Locker sterbe ich jetzt direkt oder was? Jetzt bin ich jetzt mal gespannt, wie viele Kills wir wirklich schaffen. Erster Kill ist da. Ist natürlich die Frage, ob ich mich jetzt hier einfach reinstürze. Wenn wir am besten direkt wieder rausgehen. Gut, wir haben es in die erste Phase geschafft. Ist natürlich blöd, jetzt habe ich ja gerade mal 19 Kills. Letztes Mal waren ja irgendwie, weiß ich gar nicht. Hattet ich glaube ich 60 Kills oder sowas. In der ersten Phase. Oh, ich sollte mich definitiv totziehen. Aber davon haben wir zum Glück vier Phasen. Aber wenn wir 200 Kills schaffen würden. Das wäre schon extremst heftig. Ist ein ziemlich hoch angesetztes Ziel. Vor allem, da wir jetzt ja in der ersten Phase nur 20 Kills gemacht haben, anstatt 16. So, dass die Hochrechnung vom letzten Mal von 240 Kills definitiv übertrieben erscheint. Hier machen wir einfach einen Slam rein. Haben einen dafür gekillt. Ah, jetzt haben wir auch ein paar Leute gejoint, zwei Stück. Ich hoffe, die machen das jetzt nicht kaputt. Dass wir dann jetzt doch nicht bis zur letzten Phase kommen. Ich glaube, ich gehe einfach mal rüber zur A, um ein paar Multi-Kills zu machen. Okay, aktivieren wir mal hier unseren wilden Bowcaster. Und fangen an Kills zu machen. Alter, wie viel Lungern hier denn? Das war keine sehr gute Idee. Slam. Und raus hier. Ich will ein bisschen safe, würde ich sagen. Wir wollen jetzt nicht direkt sterben. Wir wollen ja nicht nur 200 Kills schaffen. Sondern natürlich auch hier einen möglichst großen Kills-Fried mit Chewbacca schaffen. Und der Slam ist wieder bereit und ich... Ich habe keinen gekillt. Okay, jetzt sind wir alle hier bei B. Jetzt müssten sie eigentlich zu B laufen und das einnehmen. 38 Kills, sag. Die erste Phase ging viel zu schnell vorbei. Da hätte man mehr Kills rausholen müssen. Wie fällt das Schild denn hier aus? Jetzt habe ich aber nur 300 Leben oder was? So, 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 so. Okay, gehen wir mal rüber. Vielleicht können wir da packen, wenn die hier da rauslaufen. Das ist der eine gerade runtergefallen. Jetzt geht es hier aber ab. Wo wir da noch bossen? Oh, das könnte... Scheiße, scheiße. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Shit. Egal, jetzt habe ich auch noch nicht mal genügend Kampfpunkte. Das war sehr dumm. Sehr dumm gelaufen. Das ist aber echt, der war... Ja, ist klar. Ich spawn und du machst mich direkt so fertig. Okay. So, darf ich euch hier bitte alle mal einmal töten. Dann würde ich mit dem Kampfpunkte für den Held bekommen. Und sie sind in der nächsten Phase. Phasenmäßig läuft das ja hier perfekt. Killmäßig. Hätte die erste und die zweite Phase besser sein können. Vor allem habe ich gerade auch nur 2770... ...Kampfpunkte, was extremst... ...wenig ist, um als Held spielen zu können. Muss ich mich ein bisschen anstrengen. Aber jetzt sind wir hier wieder ein bisschen Close-Combat-mäßig. Wenn ihr dann wieder zu Wellen-mäßig ankommen... ...könnte... ...ja, 200 vielleicht nicht mehr drin sein. Das ist sowieso ein bisschen hochgegriffen gewesen. Aber über 100 sollten doch dann... ...doch drin sein. Jetzt treffe ich hier nichts, weil die scheiß... ...Geländer im Weg sind. Komm schon, fast 4000 Kills... ...äh, 4000 Points. 4000 Kills. Okay, mache ich eigentlich sonst nicht... ...aber ich kill mich einfach selbst. Weh, der nimmt mir jetzt einer vor mir weg. Das ziehe ich aber aus. Wir sind jetzt gerade bei... ...in der dritten Phase 56 Kills. Und letztes Mal hatten wir 60 Kills in der ersten Phase. Ich baue aber hier auf die letzte Phase. Dass wir hier... ...dass wir dann da ordentlich Multi-Kills machen können. Der klaut einfach mal einen Kill, ist klar. So, als muss ich hier nur die Position herausfinden... ...wo die in Wellen ankommen. Von da. Okay, 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 okay. Zack, so will ich das doch hier sehen. Wo? Hier ist keiner? Ach, da bist du. So, jetzt kommen die wieder von... ...von hier kommen jetzt wieder welche. Und die Laufzeit wird von... ...nice erhöht. Alter, da kommen direkt zwei Helden an, oder was? Nee, danke. Soll denn da aus dem... ...aus dem... ...zum 200 Kills werden? Wenn ich jetzt direkt hier gegen Helden ankämpfen muss. Nice, Level 60 schon. Krass. Ich konnte ihn einfach gerade nicht besiegen. Ich konnte nicht schießen. So, mal hier hochlaufen. Da scheinen ja doch viele zu sein. Okay, zwei. Was ist denn da? So ein Kommando-Doider. Ah, ich mach viel zu langsam Kills. Okay, gehen wir hier... Oh, bei B nehmen die ordentlich ein. Oh, da sind doch die Helden. Wilder Bodecaster. Shit. Ja, und geh woanders hin. Scheiße. Äh, scheiße, 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 scheiße. Ja, Count, dreh dich um. Ich schieße hier schön in den Rücken. Lässt du mich in Ruhe? So, Kill abgeholt. Und stürmen wir hier rein. Gut, läuft's aber mal ein bisschen. Schön, 86 Kills schon. Ich hoffe, die übernehmen das. Aber Kill-mäßig läuft es. Jetzt muss es wieder nur phasenmäßig laufen. Dass die hier mal schön was übernehmen. Robi, nehmen wir doch nicht meine Kill-Stack. Die nehmen A ein. Dann geh ich da jetzt besser nicht zu A. Und verteidige erst mal B. Mit meinen Kumpels hier. Krieg zwar ein bisschen weniger Kills durch. Robi, war ein Lass auf Punkt A in Ruhe. Was war das denn gerade? Nehmen sie gerade A ein? Ich glaube, sie nehmen A ein. Oh, wie war ein Lass sie doch einnehmen. Jawohl, sie nehmen A ein. So will ich das sehen. So will ich das so sehen. Letzte Minute. Oder sie sollen nur was einnehmen. Es würde egal, ob sie A oder B einnehmen. Okay, ich solltet ihr zurück. Schnell, 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 schnell. Jawohl, sie nehmen gut A ein. 99 Kills. 100 Kills. Nice, sie haben A eingenommen. Also 100 Kills sind drin. Wir sind jetzt letzte Phase. Das wird auf jeden Fall ein Rekord für mich werden. Ich glaube, Rekord war ja 102. 101 mit dem Deo Vissian-Schützen. So, und das ist jetzt. Jetzt kommen wir eigentlich erst zur Phase, wo ich vermute, dass wir richtig viele Kills abziehen können. Wenn die hier in Phasen ankommen, durch den Gang oder durch den Gang da drüben, könnte es richtig abgehen. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Weil da können die anderen hier Kills einheimsen. Ich gehe auf die Seite hier. Vor allem mit dem wilden Bowcaster, der sich dann immer wieder von selbst neu auflädt. Wenn wir dann von Gang zu Gang laufen, werden die in ihren Wellen spawnen. Ach, Anakin, was laufst du mir denn hinterher? Ja. Anakin, was willst du machen? Ich kann auf die ferne Kills machen. Ich komme ja gar nicht bis hier hin. Da ist schon der Erste. Henneke, du stehst mir ganz schön ein bisschen im Weg. Ich erkenne die von hier hinten auch kaum. Ich komme gar nicht durchgepusht bis hier hin. Oh, das sollte ich nicht machen. Ich dachte, es wird mehr abgehen hier in der Phase. Holy shit, was hat mir gerade so viel Schaden zugefügt? Oh, sie kommen links durchgepusht. Holy shit, da kommen viele. Wilder Bowcaster. Schock. Multikills. Er hat überlebt. Wer beschießt mich? Vosk ist tot. Okay, Anakin ist da. Jetzt kommt ihr doch hier bestimmt durchgepusht. Ey, warum ist mein Bowcaster weg? Komm schon, lad sich auf. Und wir pushen durch. Shit. Was machst du? Was machst du? Warum hast du einen zweiten Angriff gestartet? Bilder Bowcaster und die kommen erstmal ein bisschen durchgepusht. Holy shit, letzte Minute. Wir pushen hier mit dem Bowcaster durch. Alter, wie viele Kills denn noch? So, Welle besiegt. 128 Kills. Jetzt kommt dir wieder Anakin an. So, da spawnen die doch jetzt. Shit, ich hab zu wenig Kills gemacht mit dem Bowcaster. Komm. Risiko. Was machst du denn? Warum machst du denn immer zwei? Was ist das denn für ein scheiß Bug? Komm, Bowcaster. Ich brauch dich. Shit. 139. Puh, das war's. 154 Eliminium, 139 Kills. Schade, ich dachte, es wird in der letzten Phase viel mehr abgehen. Die ist auch ziemlich schnell vorbeigegangen, die letzte Phase jetzt hier. Die erste und die zweite Phase waren auch nicht so unbedingt ideal. Hätten auch besser spielen können. Meine Einschätzung von 200 Kills war vielleicht ein bisschen hoch. War aber auch basierend davon, dass ich in der ersten Phase nicht 20, sondern 60 Kills mache. Naja, aber was soll's. War auf jeden Fall cool, mal einfach so einen krassen Killstreak zu machen. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet wie immer wieder.